Okay, ich schmeiß meine Waffe weg. Er hatte... Oh, er hatte eine Rifle. Uh, der hatte einen Tränker auch am Stößler. Bist du zur Hölle? Okay, ich nimm die Rifle wieder. Soll ich es verschwenden? Oh, shit. Nee, ich verschwende es nicht. Nein, nein, nein. Nimm was anderes. Wo ist er? Haben wir die Broken Weapons Challenge eigentlich schon aufgenommen? Äh, ich glaube, wir haben sie nicht geschafft, oder? Oder haben wir sie geschafft? Warte, was war denn das? Oh, eine Shotgun? Ich glaube, wir haben sie noch nicht geschafft. Warte, ich guck mal kurz in meinen Aufnahmen. Das war die geilste Challenge, die wir, glaube ich, bisher gemacht haben. Ja, wir haben sie nicht geschafft. Nicht? Warte, ich guck mal kurz. Du hast sie geschafft, aber ich nicht. Glaube ich. Dann machen wir die jetzt live, oder? Ja, Leute. Wir machen die Broken Weapons Challenge. Die funktioniert so, ähm, wir dürfen alle Waffen benutzen. Aber sobald wir jemanden mit einer Waffe getötet haben, also niedergestreckt und gefinisht haben mit einer Waffe, müssen wir die Waffe wegschmeißen und dürfen sie nicht mehr benutzen. Sie ist sozusagen kaputt. Richtig, jede Waffe hat nur einen, ist nur einen Kill haltbar. Ja, jede Waffe, pro Waffe einen Kill, Leute. So, mit jeder Waffe dürfen wir finishen, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen mit der Sniper killen und ich finish mit der Pistol oder so, dann muss ich natürlich trotzdem meine Sniper wegschmeißen. Ja. Ja. Und wir dürfen uns die Waffen nicht gegenseitig geben. Also, wenn Fix mit dir gekillt hat, dann darf ich sie nicht benutzen. Wenn ich die Pistol schmeiße, dann darf ich sie nicht nehmen. Genau. Enzo und Isi, da, danke für die 2 Euro Donation. Wie viele Wins hast du? Achso, habe ich gerade schon gesagt. Ein paar. 150, nein, 180 irgendwas. 200 fast oder so. Hey, Wyla. Willkommen. Macht mal die No-Heal-Challenge. Oh Gott, da werden wir so sofort drauf gehen. No-Heal-Challenge. No-Heal-Challenge. Ich habe mal Only-No-Shield-Challenge gemacht und dann bin ich irgendwie dritter Platz geworden oder so. Könnten wir theoretisch später auch noch probieren. Ich glaube, ich lande auf der Burg. Okay, dann lande ich auch auf der Burg. Mega close. Oh, warte, ich lande auf der Burg. Ich lande auf dem Burg. Ich lande daneben. Jetzt habe ich natürlich eine blaue Pistole, ne? Und noch eine Pistole. Und noch eine Pistole. Oder ist es hier auch jetzt? Okay, nice Leute, ich habe ihn genockt. Ich darf ihn noch finishen mit der Waffe. Aber ich muss es wegschmeißen. Oh Mann. Wir nehmen doch die andere Waffe. Was ist mit mir? Ich kann sie nicht aufheben. Hallo. Dankeschön. Okay, das Wichtigste ist, dass viele Waffen zu bekommen. Oh, ich habe einen Crossbow. Hoffentlich kann ich jemanden mit dem Crossbow-Berfüllen. So, weglegen die Waffe. Oh, du bist ja mega low. Ach, minimal. Oh, ich habe noch einen Crossbow. Wir können auch auch eine Crossbow-Challenge bringen. Bist du in der Nähe? Oh. Ich bin hier über dir irgendwo. Ich muss mich jetzt modieren. Ich habe einen Slab für dich. Verdammt. Ich kann dir einen Slab geben. Okay. Oh my God. Ja, wäre wahrscheinlich. Ich habe die Waffen. Ich habe die neue Ding hier, aber scheiß drauf. Hä, das Ding war doch niemals auf den Secondaries, oder? Das habe ich noch nie gesehen. Was denn? Dass da jetzt so ein Icon ist. Auf den Secondary? Nee, nee, nee. Das war nicht. Oder? Also, dass jetzt auch immer so ein kleines Nade-Icon ist. Ich glaube, ich nehme mal die Shopgun hier. Da ist ein Gegner bei mir. Okay, dann komme ich mal zu dir. Oben und unten. Ich habe einen gefinished mit der Scheiße. Genau hier vor mir fast. Warte, ich gucke mal, was ist die? Oh, fuck. Alles okay? Ja, die sind da drüben. Ich komme mal kurz hoch. Die sind neben dem Shop. Geh eins höher am besten. Oh, shit. Jemand schreibt, wie hast du dich kennengelernt? Die sind eins über uns. Wie habe ich mich kennengelernt? Oh, die sind eins über uns. Okay, ich komme hoch. Hab ihn. Nice. Ich finish kurz. Okay, ich tausche meine Shotgun gegen die lila. Oh Gott, ich kann die nicht aufnehmen. Er baut sich hoch. Der ist da. Oh, shit. Er hat mich gut gehittet. Warte, warte. Ich versuch mal was. Ich kann die... Ja, Mann. Hau rein. Du musst ein bisschen weiter vorne. Ja, nice. Oh, fuck. Ich kann diese Scheiße Shotgun nicht aufnehmen. Doch. Nice. Hab ihn. Gute Combo. Wir haben ihn, glaube ich, beide ziemlich gut. So, die muss ich auch wieder weglegen. Ich schieße es weg. Ich schieße es ein Mini. Hast du die Shotgun hier schon genutzt, gell? Äh, die Lederne, ja. Die darfst du nicht genutzt. Okay, dann darf ich die auch nicht benutzen. Und die blaue da draußen darfst du auch nicht benutzen. Die blaue Shotgun. Darf ich dir die Rifle nehmen? Äh, ja, wenn du meinst. Darf ich die benutzen oder willst du die? Doch, doch. Ich hätte sie genommen, aber ist egal. Ich hab noch ein Mini. Brauchst du den? Hm, nein, nein. Ah, doch, doch, doch. Oh, das hier. Jetzt bräuchte ich ihn auch. Oh, fuck. Wo ist denn der gewesen? Der ist genau da. Der hat sich da hochgebaut. Hier war er. Oh, ich sehe ihn unten. Unten ist er. Ich komme. Er läuft. Hab ihn mit der Silence Pistol gefinisht. Okay, der muss weg. Chuck, Chuck für dich. Äh, ich nehme die Rifle hier. Glaub ich, ich nehme den Chuck, Chuck. Gönn ihn dir. Da ist ein großer Schild. Gönn dir den großen Schild. Nice, Mann, Leute. Oben von der Burg? Fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Bau, bau, bau zur Not. Ich bin in Deckung, ja. Oben auf der Burg ist ja drauf. Okay. Leute, ihr merkt schon, die Challenge ist crazy, weil man die ganze Zeit seine Waffen wechseln muss. Hey, YouTube-Legende, willkommen. Er ist runtergesprungen? Oh mein Gott, er hat richtig Falldämmig bekommen. Kannst du ihn oder soll ich es helfen? Hab ihn. Okay, was? Mit welcher Shotgun war das jetzt? Ich glaube, mit der hier. Ich glaube, mit der hier, Leute. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke aber schon. So, nice. Ich will jemanden mit meinem scheiß Crossbow töten, damit ich den endlich losbekomme. Ähm, hast du zufällig noch, äh... Ein bisschen Ealing? Ealing? Ich habe fünf Bandagen, ja. Sorry. Nicht schlimm, alles gut. Warte, ich komme zu dir. Verzeckt. Hm, hm, hm. Challenges machen so Spaß in diesem Spiel, ne? Das ist krass. Ah, toll. Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Schau hier. Ich bin einmal im Kreis. Hier ist sie. Ah, da. Und du dir. Hm, dann nehm ich... Ah, hier sind auch noch Bandagen. Stack ich die mal. Hast du die grüne benutzt gehabt? Nee, oder? Ja, ja, ich glaube, damit habe ich den einen gekillt hier, oder? Ah, okay, okay, dann leg ich die weg. Ich glaube, damit habe ich den hier gekillt, oder? Nein, ich habe beide gekillt. Du hast... Stimmt, dann hätte ich die auch noch weiter benutzen dürfen. Ich habe einfach... Ich habe sie weggelegt, obwohl du den Kill gemacht hast. Ich habe ihn, glaube ich, nur ziemlich gut getroffen. Hast du die hier oben genommen? Welche? Hier oben lag eine grüne Automatik-Shotgun. Ich habe jetzt drei Pump-Shotguns. Und... Flackert es bei dir auch so, die Häuser innen drinnen? Nee. Bei mir ist es voll Grafik-Bug. Schau mal, mein Stream. Oder hast du ihn offen? Ja, aber ich habe ihn pausiert, weil sonst mein Download immer... Ja. Schau mal, ganz kurz, bei mir flackert das so mega. Lädt, läädt, läädt. Müsste mal sein, müsste es jetzt sein eigentlich. In den Häusern drin. Du bist bei mir noch auf dem Dach. Bist du da auf dem Dach? Ja, auf dem Dach. Ich schaue rüber zum Taco-Laden. Ah ja, ich sehe es. Das ist auch komisch. Das ist ja strange. Das muss man gucken. Vielleicht muss man ein Spiel neu starten oder so mal. Ja. Oh, ich habe ein Launchpad. Oh, hier ist noch eine Chest. Okay. Oncrifft schreibt, vordere ist geil. Ja, das stimmt. Ich bin am überlegen, ey, ob ich anstatt die Taktik... Ja, meine ich, ich nehme zwei Rifles anstatt eine Scout-Rifle. Ich sollte dich auf Abcon grüßen. Nur Waffen. Abcon, grüße gehen zurück. Wie viele Zuschauer hast du gerade? Äh, 76. Leute, macht mal die 100 Zuschauer bei ChrisVault. Erster Link in der Beschreibung, dann könnt ihr die zweite Sicht sehen. Einfach einen guten alten Snooks. Äh, hier liegt ein Mini-Schild-Trank, aber nur einer. Weißt du, die Kiste ist unten schon gelootet? Ich gucke mal schnell nach. Ja. Deswegen, check unbedingt den ersten Link in der Beschreibung ab, Leute. Gute, alle Chris streamen nämlich auch gerade. Und dann habt ihr doppelte Sicht. Oh, ich habe was für dich. Komm her. Eine Bolt? Nein, aber ich würde sie dir geben, sogar. Ja, hallo. Ah, nee, Mann. Doch. Nimm du, du bist besser. Ich habe eine blaue, ich habe eine blaue Rifle, alles gut. Okay. Willst du, ich nehme auch die blaue. Nein, ach, alles gut. Äh, Marcel, man kann die Sachen droppen, mit dem, indem du Shift drückst, wenn du sie raussiehst. Nein, komm, jetzt nimm sie. Nimm. Okay, okay. Pustest du mir sonst die Grübe weg. Ja, Mann, du schießt dich K.O., ey. Oh, lass mal im Border. Ach so, wir sind im Border. Na, jetzt nicht mehr. Wie viele Kills hast du? Nur einen einzigen, du? Ich habe schon sechs Kills, ey. Ja, ich bin halt sparsam, weißt du, ich denke halt an die Waffen. Stimmt. Du killst einfach nicht, du denkst, ich behalte meine Waffen lieber. Ja, wenn der, wenn der Fix die Kills macht, das reicht total. Du hittest die immer nur an, so. Ja, Mann, ich kann mir nichts gar behalten. Ja, genau, das mache ich jetzt wirklich. Ähm, hast du noch Minis? Äh, nee, gar nicht. Ich müsste mich mal healen. Halt mich gerade auf. Du bräuchst das Healing, ja. Ich habe dir fünf Bandagen gegeben, eigentlich. Hä? Ja, das... Die habe ich auch noch. Was mache ich denn jetzt? Nimm ich den... Ja, ich gönne mir den einfach. Der neue Regenschirm kostet 15 Euro, Leute. 15? Beziehungsweise 100, äh, 1500 Coins. Die Bugs. Die Bugs. Das wäre irgendwas Bescheid. Streitet euch nicht, ihr müsst sie eh fallen lassen, schreibt einer. Nein, ich hitte nur an und dann switche ich auf eine andere. Wenn wir das beide denken, wenn wir keine Gäts mehr machen. Dann switchen wir die ganze Zeit raus und dann... Nein, du, 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 du... Dann töte ich ihn nur noch mit der Spitzhacke, so. Weißt du, dann schlage ich ihn dann im Endeff... Ja, Mann. Boah, das müssen wir mal probieren, so. Nur um die Waffen zu... Spitzhacken win. Einfach den letzten mit der Picke killen. Ja, ich glaube, das... War das so riskant. Vor allem, zu viert könntest du es wahrscheinlich locker machen. Wenn du so zu viert auf ihn einschlägst, dann... Wieder zwei Hits oder drei Hits. Haha, Chris ist schon wach, Alter. Hast du gestern mit denen gezockt, oder was? Ja. Mit Cengiz? Ja, wir haben ziemlich lange noch Overwatch gespielt. Ach, Overwatch? Ja. Hast du ihn gezogen, oder was? Ja, wir haben ein paar Wins gehabt. Das war schon cool. Das hat echt Spaß gemacht. Aber ich muss auch mal wieder spielen. Ich habe ewig keine Overwatch gespielt, halt. Das ist das Problem. Ich muss auch mal wieder spielen, echt. Ja, ohne Team ist immer so... Wir müssen auch zusammen zocken. Ja, okay, ja, zusammen. Das macht echt Laune, ich glaube mir. Cengiz, wenn du Bock hast, sag einfach Bescheid. Kannst du auch mitspielen. Ich bin heute wahrscheinlich den ganzen Tag am PC und den ganzen Tag auch am Zocken. Bisschen die Nacht. Aber wahrscheinlich so bis 12 für 1 rum. Mal gucken. West-Gee. Ist der Sound neu? Also ist der anders? Dieser... Die Border geht los. Ähm... West-Diet. Oh, ja, ich sehe ihn. Oh, scheiße. Sorry. Ich habe auf uns aufmerksam gemacht. Nicht schlimm. Alter. Let's go. Ich weiß nicht, wie es im Endgame wird, ne? Wenn wir jemanden voll auf Range killen und dann unsere besten Waffen wegschmeißen müssen, hast du zwei Rifles dabei? Ich habe zwei Waffen dabei. Was? Nur zwei Waffen? Ja, ich mache ja keine Kills, das ist gut. Ja, okay, dann mache ich den Kill. Kein Ding. Er ist so schlecht. Warte, ich kann ihn mit der Shotgun... Warte, ich fühle ihn mit der Shotgun, ich fühle ihn mit der Shotgun. Er hat nur eine Pistole. Ich habe ihn mitfuck-killt. Okay, dann finde ich ihn mal schlecht. Okay, ich schmeiße meine Waffe weg. Er hatte... Oh, er hatte eine Rifle. Uh, der hatte Tränkrauch im Stöße. Bist du zur Hölle? Okay, ich nehme die Rifle. Oh, da kommt... Soll ich es verschwenden? Oh, shit. Nee, ich verschwende es nicht. Nein, 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 nimm was anderes. Wo ist er? Habe ihn. Habe ihn. Nice one. Puh. Schmeiß weg. Clever gespielt. Da liegt noch eine Shotgun von mir. Ja, an alle Leute, die das nicht wissen, wir spielen gerade die Broken Weapons Challenge. Das heißt, wir durften jede Waffe nur quasi für ein Killen müssen. Danach müssen wir sie wegwerfen. Ui, sie hat einen... Oh ja, das ist super. Go, go, direkt klar angründen. Kann man, Overwatch, im kleinen Gründen? Äh, nee. Also nicht jetzt so wie in Game oder so. Ja, Mann. Lass den ESL-Team machen einfach. Oh yeah. Overwatch ESL-Team. So, lass den Ballon noch holen. Ja, schießt noch, Leute. Ah, bis jetzt läuft, ey. Schießt jemand auf dich? Ja, nee, nicht auf mich, aber ich... Oh ja, ich sehe sie. Ich gehe da oben, 120. Komm, bleib stehen. Ich schaue kurz, ob deine Sniper drin ist. Oh, ich... Oh, du hast eine. Yes. Oh, er ist jetzt zu still. Was? Bin ich so schlecht, der Sniper, ey? Oh, mein Minigun. Das gibt's ja gar nicht. Oh, fuck, Mann. Ich bin so schlecht mit der Sniper. Nein, ich bin mal Minis mit. Ich habe einen großen und Minis. Großen weiß eh jeder. Leute, seht ihr das? Ja, mit der Ska, verdammt. Warte, wir müssen ihn doch finishen. Erst wenn er gefinished ist. Ah ja, stimmt. Sein Maid tippt ihn auf gerade. Schust du das? Du kannst ja free finishen. Ja, ja. Ich versuch den anderen... Ah ja. Ich bin genau drauf. Ein Hit. Sein Maid ist beim Baum da. Was? Oh, fuck. Hinter uns. Hinter uns? Nein, das war der ganz oben. Doch, nein, hinter uns läuft einer hoch gerade. Er kommt jetzt hier in die Treppe. Ich kann ihn nicht zubauen. Da kommt er. Da ist er. Siehst du ihn? Oh, du bist geburt. Ein HP. Er kommt. Ich kann ihn nicht zubauen. Hast du ihn gekillt? Oh mein Gott, du bist so eine Legende. Guck mal. Wenn man bei mir oben links schaut, du hast einfach gar keine HP-Warm mehr. Der ist einfach weg. Oh mein Gott. 1 HP Dream, Alter, Leute. Das ist bescheid. Wenn das kein Like-Wert ist, dann weiß ich aber auch nicht. Leute, lasst alle bei Fixen Like da. Ernsthaft. Für so ein geiles Gameplay. Es sieht so aus, du hast 100% Schild und 0 HP bei mir. Oh mein Gott. Ich muss aufhören bei Fix. Till, du verpasst was, aber egal. Wird dir viel Spaß. Bis dann. Legende. Legende. Hast du richtig gut gemacht. Ich brauche nur einen. Ich muss meine beiden Shotguns wegschmeißen. Hoffentlich hatten die Shotguns. Nice. Nice. Okay, ich habe wieder zwei Shotguns. Ich glaube, ich habe den Kinn nicht bekommen, oder? Nee, ich habe den Kinn nicht bekommen. Das heißt, ich darf meine Skar behalten. Mein Glück. Oh mein Gott. Hast du Bandagen? Nimm du das. Na, ich habe genug, passt. Ich habe Bandagen. Achso. Dann machen wir so. Ja, dann gib mir das. Ja, oder egal. Kannst du die stacken? Ich stack hier die Maliste. Genau, dann nehme ich die für dich mit. Holy shit, Mann. Richtig gut gemacht. Twitch, Leute, bitte clip das. Twitch, Leute, bitte clip das. Dankeschön. Oh ja, die 100 Zuschauer sind voll. Nice. Nice. Hab den Eingnockt? Falls ihr Chris seinen Stream sehen wollt, erster Link in der Beschreibung. Den mache ich jetzt auch Notfall zu death. Der meint auch, er wäre Building-Profil. Nein. Hab ihn natürlich. Du hast ihn. Nice one. Oh, das ist sofort... Ich da... Womit habe ich ihn genockt? Ich glaube, ich habe ihn damit... Mit der Shotgun hast du eingekillt. Mit der Sniper? Mit der Sniper und mit der Shotgun. Ist das deine Shotgun hier? Nein, nein, nein. Ich habe nichts aufgehoben. Okay, nice. Dann habe ich da sogar besseres Equipment als eben. Ja, Mann. Ich habe auch hier besseres. Hat sich hergelohnt. Ich habe zwei lila, eine Tactical Shotgun. What? Und eine Sniper auch noch am Stil. Da liegt auch eine Scar, wenn du die noch nicht genommen hast. Ich habe die Scar genommen. Achso, okay, nice. Achso, liegen da jetzt zwei Scars? Da, bitte. Ja, da liegt noch eine. Oh mein Gott, soll ich lieber eine Scar mitnehmen? Anstatt Verbände? Oder anstatt eine Shotgun? Ich nehme eine Scar anstatt eine Shotgun. Okay. Ich nehme mal kurz die. Dann habe ich zwei Scars und eine Shotgun. Brauchst du Munition für irgendwas? Nee, ich habe eigentlich genug Schuss. Ich hoffe, unsere Waffen gehen nicht aus, ey. Ich habe auch drei. Ah, wobei, vier Kills noch. Ja, ich kann mit jeder Waffe eintöten. Also easy. Schon so berechnet. Mit jeder Waffe einkillen und fertig. Hörst du sie? Ja, oben. Okay. Hey Dineo und hey J.M. Willkommen im Stream. Machst du alle ein Like, bitte. Und teilt den Stream mit eurer Familie. Das ist man da nicht. Am besten mit eurer Oma, weil die mag auch Fortnite. Ich weiß es ganz genau. Die ist fix größter Fan. Ja, Mann. Die ist einfach Team Fix und Snogs größter Fan von unserem Duo, weißt du? Ja. Verständlich. Okay, okay. Lass ansneaken. Wir sind safe hier oben. Und dann mit der Shotgun machen. Ich bin so schlecht im Laufen. Boah, ich... Okay, nein, das sitzt keiner. Nee, nicht verraten. Erstmal die hinabkillen. Da, da unten. Oh Mann. Wir können sie beide snipen. Okay. Wollen wir? Ich bin... Ich links, du rechts. Okay. Warte, oh shit. Ich die... Ah. Lass ihn runterschießen. Lass ihn runterschießen. Habe ich mit der Dings da? Das ist klar. Ich habe ihn nicht gefinished. Was habe ich... Wie habe ich da gerade so viel Damage bekommen? Guck mal, wie viel... Ich habe sieben HP noch. Ich habe den einen runtergedroppt. Ich habe irgendwie... Tausch deine Waffe aus. Ich habe über 60 Damage bekommen. Was zur Hölle? Ja, mache ich. Ja, vielleicht Autosniper. Nee, nee, ich habe Volldamage bekommen. Hä? Ich habe... Ach so, Volldamage. Ja, einfach so verdammt viel. Ich habe seinen Mate gedroppt, aber er ist nicht gestorben irgendwie. Die muss ich wegwerfen und die... Hast du ihn? Oh mein Gott, ey. Gute Nacht, mein Freund. Gute Nacht. War die Rifle von dir? Da kommt der andere. Oh, ich kann nicht finischen. Ein Hit. Die beiden sind dort, ne? Die letzten. Stirb doch, Mann. Wo ist denn der? Der liegt da bei den Bäumen. Noch ein Hit. Okay, ist weg. Okay, ich muss einen Sniper wegschmeißen. Hä, ist es nur noch einer da? Guck mal, der letzte ist da beim Drop. Oh ja, da vorne. Der ist da drin, ja. Pass auf. Fix scope, Alter. Ich mache es nochmal. Na, der ist links daneben. Komm, peek einmal. Ich mache es nur kaputt, dann kannst du. Oh, wir müssen laufen wegen Border. Hast du ein Launchpad? Ich glaube, ich habe eins, ja. Dann setz. Guck mal. Warte, kurz. Oh, stell dir vor, ich hätte ihn gekeldiert, ey. Das wäre schön gewesen. Puh. Wir kommen, wir werden dich holen. Ich gehe mal von High Ground ran, ne? Oh ja, den bekomme ich, den bekomme ich ganz sicher. Wird es winkeln? Kann ich machen. GG. GG. No Broken Weapons Challenge, auch geschafft. Broken Weapons Challenge, abgehakt. Eine Challenge nach der anderen wird hier rasiert. Wie viele Kills hast du? Sechs, und du? Ich habe zehn. Nice. Wir haben jetzt hier so eine Strichliste, müsst ihr wissen, da machen wir immer Häkchen hinter, wenn wir die Challenges geschafft haben. Bis zum nächsten Mal. seis.